Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute in dem Video habe ich einen kleinen Stream-Ausschnitt, wo wir den Event-Server nämlich komplett gesprengt haben. Es ist ganz witzig gewesen, vorher haben wir noch gegen den Ender-Dragon gekämpft und so weiter. Schaut euch das Video gerne an, lasst einen Daumen nach oben da. Es wird jetzt wieder aktiver Videos geben, quasi abwechselnd immer Video-Stream, Video-Stream und so weiter. Das heißt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, aktiviert die Glocke, ganz wichtig, dass ihr einfach wirklich, zack, Glocke aktiviert und die Benachrichtigung auf alle stellt, damit ihr halt für jeden Stream und ein Video eine Benachrichtigung bekommt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und haut rein. Ciao, ciao. Wir starten den Stream, wir starten den Stream, wir starten den Stream, 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 Stream. Ihr wisst aber am Anfang, schalten wir heute erstmal wieder Werbung. Das heißt, viel Spaß jetzt mit der Werbung. Let's go. Jetzt kommt die Werbung. Das war die Werbung. Willst du den Leuten erzählen, was so was ist? Oder operiert. Es kann sein, dass ich nicht so viel rede, weil ich mich nur auslacht. Nein, also. Rough oder operiert am Zahn. Also, für alle, die es nochmal mitbekommen, was werden wir heute im Stream machen, was passiert heute? Also, der Event-Server ist ja schon vor über einem Monat her. Da haben wir den Server hier eröffnet, das ist krass. Die Zeit vergeht schon relativ schnell, tatsächlich, also finde ich zumindest in der Corona-Zeit jetzt hier. Aber, ja, wir haben den Event-Server geöffnet, ihr hattet alle Bock drauf, wir haben extrem viel gespielt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal noch, ganz kurz, bevor wir jetzt richtig losstarten, mit dem Event, was wir gleich gemeinsam mit euch allen machen werden. Schauen wir uns einmal ganz kurz an. Oder warte, erstmal, Rough, führe ich dich hier rum, was ich alles habe. Wir fangen mal hier an, weil ich jetzt komme ich am besten. Das Haus kennst du ja schon mit unserem Doppelbett. Ja, ja, genau. Das kennst du schon, okay. Gut. Also, hier habe ich jetzt einen Garten gemacht, ein bisschen. Da war ja vorher so eine coole. Und, ja, aber das ist krass. Oh mein Gott, Rough, wenn du das gleich siehst, Alter. Ich kenne das, hast du was geändert im Aquarium? Das kennst du ja noch, ja. Hier habe ich auch das ein bisschen schöner gemacht und so weiter. Und, komm mal hier unten hin. Hier gibt es jetzt so eine Bar. Ich glaube, die war auch noch nicht. Alter. Also, da bin ich noch nicht ganz fertig gewesen. Übrigens, die Map so wird euch, werdet ihr euch herunterladen können und so weiter. Das ist kein Problem. Okay, komm mal mit. Komm mal hier runter. Ach so, warte, 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 warte. Alter. Diese Schildkröten. Ja, die Schildkröten haben sich relativ schnell irgendwie vermehrt. Alle sind bereit, Leute. Ich würde sagen, gehen wir ins End. Lasst uns bereit machen. Let's go. Alle rein da, alle rein da. Los geht's. Woo. Okay, wir sind drin, Rough. Let's go. Lasst uns, äh, lasst uns angreifen. Let's go. Ich habe den ersten Ding kaputt gemacht. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, ich bin klar, die ist kaputt. Ja, die haben wir auch. Jetzt go alle Rafter. Ja. 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 Doch, doch, er ist tot. Hä, nee. Oder? Ich pack den. Was macht der? Ah, jetzt. Los, gg, Leute. Nein. Gigi, okay. Jetzt los. G, g, Leute. Damit haben wir ihn. Ah, ich möchte die XP. Ah, schade, habe ich nicht bekommen. G, g, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein Fight hier. Alle gegeneinander. Komm, Rough, jetzt sind wir dran. Ah, der Mensch. Nein, 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 Rough. Ah, ich will sterben. Komm, man. Ich will sterben. Nein, ich bin so low, ich bin so low. Nein, Rough, tschüss nicht. Tschüss nicht. Tschüss nicht. Ah. Wie viele Herzen hattest du noch? G, G, drei. Drei Herzen, okay, G, G. Ich gebe euch jetzt einen TNT. Und, beziehungsweise, vorher mache ich einmal. Ihr könnt euch jetzt alle verteilen. Replace, Barriere, null. Und jetzt gibt jeder von euch GIF at A TNT 64. Ganz viel. Und ich würde sagen, dann kann es losgehen. Ihr müsst natürlich alles sprengen. Und Feuerzeug gebe ich jetzt auch. Flint and Steel. Die armen Tiere. Aber egal, Leute. Nein, der Creep explodiert. Oh Gott. Nein, der Creep hat alles an den Führung. Oh Gott. Ne, was er? Sprengen, Alter. Okay, warte, wir machen. Oh nein, die Tiere. Die sind frei. Ihr seid frei. Ihr habt Freiheit, Tiere. Warte, ich werde den Spawn sprengen, Waffi. Ich werde den Spawn sprengen. Alter, wie einerhalb von wenigen einfach alles hier weggesprengt wurde. Oh mein Gott. Hier ist einfach alles. Lol. Alter. Die Tiere sind frei. Wir müssen sie in die Freiheit lassen. Let's go. Ihr könnt abhauen. Haut ab. Ich spreng euch die Freiheit. Ich spreng euch. Ich spreng euch frei. Aber wir können hier, warte, wir können so ein Holzschwert nehmen. Dann BS-Fähre. TNT-Fier. Dann können wir hier so ein bisschen. TNT. Let's go. Oh Gott, das hat schon jemand angezündet. Oh Gott, das wird jetzt. Oh mein Gott. Das wird jetzt ein bisschen explodieren. Jo. Hier war ja auch ein Unterwasser-Ding. Ist ja mega nice. Das muss jetzt leider auch weggesprengt werden. Zack. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, dass ihr mitgemacht habt bei dem Event-Server. Das nächste Projekt wird auf jeden Fall echt cool. Ja Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr Bock habt auf das nächste Projekt, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch am meisten wünscht. Und ja, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.